Kratsch. Erstes Deck, zweites Deck, drittes Deck. Schachtel öffnen. Reveal zweiter Schachtel. Räumchen zeigen. Karten rausholen. Karten zeigen. Und die ganze beschissene Folie abmachen. Spread hinten, spread vorne. Ass. Bube, Dame, König. Karten durchgehen. Bube, Dame, König. Ass. Karten durchgehen. Bube, Dame, König. Karten durchgehen. Bube, Dame, König. Und die Joker. Und zum Schluss noch ein bisschen Cardistry-Gedöns.